Hallöchen und Fing und Willkommen zu einer weiteren neuen Runde Minecraft The Bad Wars zusammen mit Mr. Dalukat in 8x2 Teams. So, was spielen wir jetzt? Tipi oder wie heißt die? Tipis, 8x2 Spieler. So, scheiß auf die Mitte, einfach ab zu den Gegnerbaut. Ich baue mich direkt rüber zu schwarz. Warum scheiß auf die Mitte? Weil wenn du in der Mitte bist, wirst du gefokust. Die Mitte ist relativ weit. Für den Nachbarn ist es nicht weit. Ja, aber die können dich doch gar nicht fokussen, die haben doch nichts zum schießen. Äh, ich bin mir nicht sicher in einer Base, ich weiß es nicht. Ich hab das Bett von schwarz, ich hab das Bett von schwarz, ich hab das Bett von schwarz. Auf, der ist, der hat ein Schwert. Stimmt, der hat ein Schwert. Doch, der hat ein Schwert, der hat ein Schwert, der hat ein Schwert, der hat ein Schwert. Jolo. Ich hab auf jeden Fall schon mal schwarz weggeholt. Geld baut sich zur Mitte. Komm scheiß drauf, wir gehen auch in die Mitte. Was sind wir überhaupt? Wir sind orange, ne? Sind wir orange? Ja. Jolo, wo bist du? Ja, bei schwarz noch. Komm her, wir holen uns jetzt hier, ne? Schwerter. Sieben, sieben, sieben. Dafür wollen wir noch Eisen oder so. Ja, haben wir doch. Ich hab ein Eisen. Da ist ein Schwert am Villager. Am Villager ist ein Schwert. So, ich hol mir jetzt Blöcke. Ich hol mir jetzt Essen. Vielleicht doch das Problem sind die Leute, die direkt in die Mitte gegangen sind, weil die halt einen Bogen haben. Die haben keinen, da ist noch keiner in der Mitte da, du. Aber sicher, da seht ihr doch voll viele. Da wird doch schon gekämpft. Wir gehen jetzt in die Mitte mit. Schwerter bei uns. Schwarz ist da. Fabi. So, das hat sich dann mit Schwarz. Was fehlt mir jetzt noch? Rüstung fehlt mir noch ein klein wenig. Hast du noch ein Eisen? Ja, eins war wichtig. Ne, hol dir selber Rüstung. Das Bett von Gelb wurde zerstört, das sind wir, ne? Schwerter kommt. Unser Bett ist kaputt, Leute. Nein, wir sind orange. Das gibt's auch noch. Wo ist unser Bett eigentlich? Oben. Leitung. Und dann? Aber Team Schwarz ist da nicht. Kann ich das einfach zubauen? Jo. Ne. Also... Ah, die Fahrt hast du doch zu. Endstorm, brauch ich ein bisschen mehr für. Scheiße, ich hab keine Jolo. Ich kann das einfach ganz zubauen, ja? Da muss kein Luftloch oder so dazwischen sein, ja? Ganz komplett zuhauen. Oh, das war's gut. Eine Sache darfst du nicht vergessen. Zip, 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 mach ich mal eben. Ich fordert gerne hier oben so komplett so, damit du auch siehst, dass da oben definitiv keiner hocken kann. So, Team Blau ist in der Mitte und Team Blau sind unsere Nachbarn. Ja Jolo, wir schaffen das jetzt, Dardo. Wir machen das jetzt. Wir machen das jetzt mal wieder zu Team Schwarz. Wo? Rüber Dardo. Wo rüber? Mitte. Zu Team Gelb. Team Gelder und der Verbindung zu Dingens. Ich brauche mich zu Team Gelder rüber jetzt. Ich hoffe nur, dass ich nicht sterbe. Ich bin gleich da, da, hallo. Ich bin gleich in der Mitte. Ich bin in der Mitte. Stimmt, der Gap ist ja sowieso raus. Dem Gap ist ja raus. Also ich kann hier ganz kurz gemütlich einkaufen. Bin ich du. Du bist in der Mitte? Ja. Hast du einen Bogen? Nee, ich hole erst Gold, aber hier kommen gerade Gegner. Das bist du, ne? Das bist du. Das bin ich. Hier, die haben sich hier gut hingebaut. Gerade. Juck nicht. Geh zu Team Gelb rüber. Das ist den besten Weg, wenn Team Roten baut. Hä, wer ist Team Rot? Team Blau hat einen Bogen. Der geht doch wieder mal zu Schwarz zurück. Kommt am Bogen. Warte, ich könnte mir jetzt den besten Bogen kaufen. Brauchst du noch ein Gold? Nee, ich könnte jetzt. Okay, ich warte jetzt so lange und farm selber noch. Und tschüss. Und tschüss. Freut nicht mit mir. Okay, ich habe jetzt einen Power-3-Bogen. Dann spontan hier wieder Gold. Eigentlich recht schnell. Mit dem ganzen Kreis. Hier haben wir noch was. Hallo, bist du. Oh, ich habe schon 6 Gold. Ich wollte nur noch 2 Gold, dann habe ich schon mal halbwegs besten. Und dann habe ich schon mal halbwegs besten. Wie viele Team sehen wir? Road-Hop sich zugebaut. Türkis Battlet sich gleich mit Blau. Das heißt, dass Türkis Battlet sich gerade mit Blau. Das muss er sich jucken. Oh, lass sie doch. Du hast mit Blau ein bisschen Türkis. Und du bist doch nicht ganz so Laufen. Das ist ein bisschen weiter weg. Bing. Ich kassiere die ganze Zeit Pfeile da hinten. So. Jetzt zurück in die Base. Und haben wir einen Bogen. Moment, die haben gar kein Bett mehr da. Das heißt, wenn der da stirbt, ist es vorbei. Ja. Ich bin jetzt verschwarzt. Wo ist der andere? Moment, beide Dunkelblauen sind nicht in der Base gerade. Die sind bei Türkis. Ja, beide. Das heißt, ich gehe da hin. Stimmt, mach das. So, habe ich mal gegönnt. Wie viele sind in einem Team? Drei oder zwei? Zwei. Shit, das ist doch wieder einer. Zwei, Leute. Ich weiß nicht, ob wir noch einen goldenen Apfel rufen können. Das merke ich gerade. Jetzt zurück. Ich helfe mal den Blauen, die Türkisen zu holen. Nein, Team Blau ist am besten equipped. Du musst den hellblauen, äh, den dunkelblauen töten. Ja, aber Türkis ist am weitesten weg. Ja, aber die haben ja nichts. Ja, aber wenn Blau die ganze Zeit bei Türkis ist, können wir gleich zu Blau. Deswegen helfe ich Blau, damit die weiter zu Türkis geht. Es ist nur einer von denen, die haben einen in der Base, einer der Blauen. Aber der hat gerade zwei Hits mit dem Level 3 Bogen abbekommen. Oh, tschüss, Freundchen. Voll, der ist cool ausgerüstet. Guck, jetzt gönn dir, jetzt gönn dir. Kann ich nicht, der ist einer in der Base, verstehst du das nicht? Warte. Der ist ja schon die ganze Zeit und hat auch einen Level 3 Bogen. Ich hole mir jetzt eben nochmal hier ein bisschen Gold und hole mir eine Enderpfe. Deswegen, du hättest dunkelblau holen müssen. Wo ist denn der Blaue? Direkt in der Base. Direkt in der Base. Er kassiert aber, er hat richtig gut jetzt kassiert. Er muss sich heilen. Er muss sich gerade heilen. Den in den anderen Blauen nicht. Der ist nicht in der Base, ne? Der ist weiter kies. Vom Weg zurück. Ich versuche ihn zu treffen. Oh, das wird schwer. Hab ihn! Scheiße, der hat sich einen Fallschirm gekauft. Der hat sich einen scheiß Fallschirm gekauft, das Arschloch. Der ist eigentlich runtergefallen und hat durch diesen scheiß Fallschirm überlebt. Das Problem ist halt, die sind jetzt voll equipt. Ist uns scheißegal, wir haben die Goldene Mitte. Ja, und? Was machen wir damit? Die haben keine Möglichkeit zur Mitte zu kommen. Ja, aber warum sollten sie das auch tun? Ja, um sich neu zu equipen, besser zu equipen. Und wir können uns jetzt noch Eisenschwert holen, wir können uns alles mögliche jetzt noch holen. Die haben doch schon alles. Die sind voll equipt. Das war das Team, was als erstes hätte sterben müssen. Boah, hab ich das geschafft, du. Freundchen. Nicht mit mir, du. Du, hab ein bisschen Eisen. Ich werde jetzt mal gut einkaufen. Ich hab 19 Gold. Soll ich eine Enderpille dafür kaufen? Und dann? Soll ich mal teleportieren. Hol dir lieber einen guten Bogen. Ich hab den zweitbesten Bogen. Ich hol mir jetzt auch ein Schwert und teleportier mich dann rüber. Du musst dann ins Ende daherkommen. Ja, ich hab da schon zwei gut angeschossen. Also, aber die Heine sind nicht angeschossen. Scheiße, hast du noch ein Gold, ne? Nein, nein. Pass auf, die sind einen Orangen oder so. Ne, der ist weg. Der Rode da. Den hab ich schon lange geholt, da. Du kennst auch, ne? Du kriegst auch nix mit. Ja, jetzt wird hier zu Tode gekämmt. Oh, Salo. Muss uns nicht jucken. Ich brauch nur noch ein bisschen Eisen. Ich geh mal zurück in unsere Base. Und dann hol ich einen Unsichtbarkeitsdrang. Soll Unsichtbarkeitsdrang, der geht nämlich 13 Sekunden oder so. Und dann teleportier ich mich währenddessen mit der Enderpille rüber. Dann hab ich die weg, bevor sie mich überhaupt kriegen können. Zip 53 Eisen, chillig. So. Pass auf. Ah, ich glaub, die machen jetzt was. Da kommen sie. Unsichtbarkeit. Speed. Heil. Zip, 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 zip. Weg mit dem Scheiß, weg mit dem Scheiß. Speeddrang brauchen wir. Der geht ja ein bisschen länger. Dann können wir uns jetzt einmal reinlatschen. Unsichtbarkeitsdrang packen wir hin. Pascht. So, Dalo. Boah, ich bin fast runtergefallen. Das wäre es jetzt gewesen. Einer ist hier oben. Dalo, ich werde ihm jetzt den Unsichtbarkeitsdrang reinziehen. Unsichtbarkeitsdrang hat er wieder drei Hits abbekommen und ist wieder in die Base gerannt, um sich zu heilen. Wo muss ich hin, Dalo? Wo kann ich durch? Nirgendswo. Die haben sich da ja eine Burg gebaut aus Sand. Du bist unsichtbar gerade oder nicht? Nein, noch nicht. Weil du hast schon einen Trank. Die treffen dich, ne? Die sind nicht schlecht und dann bist du tot. Ich hab beide einmal angeschossen. Jetzt macht er was. Okay. Ganz theoretisch vorrücken, ja. Hab ihn einmal, hab ihn zweimal. Der trifft mich gut. Hab ihn. Hab ihn. Hab ihn beide getroffen? Ne, die haben aber in dem Schlitz. Ich hab unsichtbarkeitsdrang und trau mich rüber. Okay. Pass auf, sehen die gerade. Aber du hast nicht verworfen. Denk an, die sehen doch bestimmt deine Wüstung. Ab einen. Hab den anderen. Und ich bin aber auch down early. Ab das Bett. Ja. Alle sind da mal tot gewesen. Jetzt müssen wir beide einmal töten. Oh, ich hab ne scheiß Trap ausgelöst. Wo kommen die denn hin? Ich hab noch nie so Traps gesehen. Hab ja auch noch nie benutzt. Wo sind die denn? Ich seh die nicht, Dalu. Ich bin tot gewesen. Ah, die gehen da rüber. Die gehen zu Dingens. Die gehen in Richtung Türkis. Gott. Da ganz hinten. Fuck you! Er hat mich geholt. Dalu, wir müssen die holen. Ja. Ich bin in der Mitte. Hast du nicht da so'n Beacon gehabt? Was hab ich? Da war auf einmal so'n Laser, der von unten nach oben ging. Ja, den hast... Oh, ich beschuldige auch. Ja, wenn jemand stirbt, kommt der. Ah, so ne scheiße. Stimmt, die Rüssel hab ich völlig vergessen. Dass man die sieht. Das hab ich aber grad gesagt, als du dich gepaunt hast. Was ist das denn? Ich bin gespawnt und ist ja gestorben. Was soll das denn? Leckt mich am Arsch. Meiner, meiner. So, ich geh mal direkt rüber zu Tiki. Sie holen mir kein Equipment. Unter was fällt Enderpearl Special? Ja. 13 Gold. Da hoch muss ich. Oh, fuck you. Wo sind die? Ich hab keine Ahnung, wo die sind. Bei Türkis wahrscheinlich. Man sieht sie nicht? Ich hab keine Ahnung, wo die sind. Ich weiß sie grad nicht. Geh jetzt rüber. Die sind wieder bei uns zu Hause. Ja, nicht, dass die bei uns sind. Sicher? Ja. Hab ich grad einen gesehen. Verpiss dich. Scheiße, die haben nicht gut. Komm zu uns. Ich hab einen. Hab einen. Oh, fuck. Hab den anderen auch. Nein, er lebt noch. Er ist oben geblieben. Nein. Aber er ist bei gelb. Er ist bei gelden. Nee, nee, nee. Ich hab ihn angeschossen, aber er ist nicht runtergefallen. Jetzt kommt er gleich rüber. Wir jucken ihn nicht. Ja, aber da kommt er nicht vorbei. Ich bin da, um ihn runter zu stoßen, falls er was machen will. Siehst du ihn? Jetzt bei ihm. Ich hab ihn runter. Er hat einen Unsichtbarkeitsdrang. Woher? Der hat einen Unsichtbarkeitsdrang, Dalo. Pass auf. Du musst ihn holen. Er hat mich. Oh, toll. Da hat er so ein gutes Schwert gehabt. Komm jetzt. Bitch. Komm jetzt. Mann. Scheiße. Ich glaube, der hat einen Unsichtbarkeitsdrang, wenn ihr das richtig gesehen habt. So ist das ganze Alter. Vielleicht hat er einfach nur eine Regeneration. Ja. Nee. Er geht in die Mitte. Da, Lu. Dann kannst du ihn nicht abschnallen. Nee, wie denn? Er kann aber in der Mitte nichts ausrechnen. Er muss erstmal einkaufen. Ja, aber er wird uns jetzt immer töten, weil wir gar kein Equipment haben. Wir lassen uns einfach nicht runterschlagen von ihm. Geh auf ihn drauf, damit er... Er hat eine Angel. Er hat eine Angel. Geh trotzdem. Geh trotzdem. Oh, fuck you. Er hat mich da auch gesehen, leider. Oh, ich hab ihn drei, vier Hits. Hab ihn. Geil. Oh, was für eine Runde. Leute, wenn es euch gefallen gibt, ich freu dich auch bei Dallocard vorbei. Und wir nehmen jetzt noch eine Skywars auf, die dann morgen kommen wird. Dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Ich würd mich freuen. Bis morgen. Tschüss. 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 Tschüss.